Ja und weiter geht es hier im bunten Deutschland. Mutter 28 im Hausflur niedergestochen. Tod. Messerattacke in Berlin. Blutspur des Täters führt bis zum Bahnhof. Freunde, hierbei handelt es sich um eine zweifache Mutter. Möge sie in Frieden ruhen. Die Gedanken sind natürlich bei den Hinterbliebenen, den Kindern. Nach Bildinformationen soll es sich bei dem Opfer um eine zweifache Mutter handeln. Nach ersten Informationen wurde ein Mann, 45, Nationalität wird natürlich nicht genannt, es sei denn es wäre jetzt ein Deutscher, im nahen Bereich des S-Bahnhofs festgenommen. Eine Blutspur zog sich vom Tatort in Richtung des 700 Meter entfernten Betriebsbahnhofs Rummelsburg. Der Täter hat sich da wohl anscheinend ebenfalls verletzt. Tja, wenn man mit dem Messer nicht richtig umgehen kann, ne? Naja, hoffentlich hat er sich nicht allzu dolle verletzt und kann seine Geldprämie dementsprechend mit beiden Händen natürlich entgegennehmen. Des Weiteren hätten wir dann hier die Thüringer Wahl. 2024 letzte Umfrage und Prognosen der AfD ist deutlich vorne. Weiter unten haben wir die Ergebnisse AfD von 29 auf 30%. CDU von 23 auf 22. Meines Erachtens immer noch 22% zu viel. Ja, BSW von 18 auch auf 17. Linke von 13 auf 14. Ist ja geisteskrank. SPD von 6 auf 7. Nix gelernt. Ähm, Grüne bleibt konstant bei 4 und Sonstige von 7 auf 6. Ja, letzte Umfrage und Prognosen zur Thüringer Wahl deuten auf schwierige Regierungsbildung hin. Ach du Scheiße. Naja, schauen wir mal, was da passiert. Ja. Leider Gottes wieder einen Opfer zu beklagen, das ist echt nicht mehr auszuhalten hier im besten bunten Deutschland aller Zeiten. Ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Passt auf euch auf. Auch mal zweimal nach hinten gucken ist besser als gar nicht. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag. Mal gucken, was heute noch so abgeht hier im geilen Deutschland. Und ich danke nochmal der lieben Almi, ähm, die mich da echt krass gestern unterstützt hat. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich küsse dein verdammt geiles Herz, Almi, und wünsche euch allen da draußen einen schönen Tag noch. Ich küsse dein verdammt geiles Herz, Almi, und wünsche euch allen da draußen einen schönen Tag.